ja hallo grüß euch herzlich willkommen zu the last of us ich bin der fungamer hier sind vorräte das ist glaube ich auch noch was alkohol fehlt noch So geht es doch. Schätze, runter, runter. Das ist ein Blut, kann nichts sehen. Nein! Nein! Es ist ziemlich viel los, weiß ich. Nein, das ist alles. Das ist dein Essen. Das ist ganz schwer. Wir haben nichts mehr. Geh, geh. Ach, genau. Oha. Haben wir auch da einen drauf. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh, Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Okay. So. Auf zur Brücke. Wo, 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 wo. Zurück, zurück, zurück. Ich habe die Crew da drüben auszulösten. Hä? Ja. Oh. 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 Ja. Oh. 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 So, da scheint die Luft sauber zu sein, rein zu sein. Noch kurz innehalten. So, da scheint die Luft zu sein. Oh, da scheint die Luft zu sein. Es ist schwer, da scheint die Luft zu sein. So, ich trau dem Frieden hier nicht. Joe, im oberen Stöckwerk ist einer, da oben. Ja, ich seh ihn. Deckung. Hey, wusstet ihr, dass sie den Typen und das Mädchen haben? Ja, die und die, die im Truck waren. Das ist ein Schlag, Marcel. Wie lange sollen wir hier denn noch rumrum stehen? Ja. 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 Geh es, lass ihn los! Ich bin single! Scheiße! Oh ja, oh Scheiße! Oh! Oh ja, oh ja! Gott zu Dank! Medikit! Oh! Oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja! Woah! Oh no! Oh ja! Oh ja! Schau lieber den da unten aus. Wie sieht's aus? Nichts, du hast was gefunden. Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Okay, hey, hey, du Mistkerl! Boah. Scheiße! Oh man, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Puh. Die modifizierten Waffen sind Gold wert, muss ich euch sagen, Leute. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Ich schau mal noch zuerst darauf. Ob es da noch was zum Abgreifen gibt. Oha. Nichts kuscheliges. Oha. Nichts kuscheliges. Oh. 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 Scheiße, da war ne Springfalle. Das ist Leimund. Eigentlich wollte ich das machen. Ah, das ist bitter, dass ich den jetzt nehmen muss. Hey, hilf mir hoch! Yes! So, ich muss da auch drauf. Wir sind fast da. Ich hab ihn sowas gewohnt, Quarantänezone in Boston. So, ohne Madypex ist das leider ein bisschen arsch. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut, bleibt nur in Deckung. Gehen wir durch die Gasse. Bleib unten! Scheiße. Oh, das sind welche. Oh, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, der hat noch wo gezuckt. Nehmen wir es halt durch die Mauer. Oh. 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 Du bist tot! Du bist tot! Wer fliegt? Du bist tot! Ja, ich hab dich! Okay. Ja, ich hab dich! Ja, ich hab dich! Ja, ich hab dich! Was ist das? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich da machen muss. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh, noch einmal. Oh, noch einmal. Oh. Oh, oh. 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 Oh, fuck. Apart bin ich tot. Oh. 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 Oh.